Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für gebratenes Seezungenfilet. Etwas aufwendiger, dafür aber eine belohnende Köstlichkeit ist das spanische gebratene Seezungenfilet Span-Filete de Lengado Asado mit spanischem Schneckenduet auf Blattspinat mit Paprikagemüse. Wer keine Schnecken mag, kann sie ohne Bedenken weglassen. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Gebratene Seezunge Acht Senzungenfilet mit Haut a ca. 80 Gramm Zitronensaft von einer Zitrone 80 Milliliter gutes, extra natives Olivenöl Beilagenempfehlung Portion Spinatgemüse mit Paprika Portion spanisches Schneckenduet Garnitur Zwei Esslöffel eingelegte, grüne Pfefferkörner Weitere Zutaten Gutes, extra natives Olivenöl Salz aus der Mühle, frisch gemahlener Pfeffer Folgende Utensilien werden benötigt Küchenmesser, Schneidebrett, Zitruspresse, Pfanne, Pfannenwänder, Küchenpapier Zubereitung Vorbereitung Die Seezungenfilets küchenfertig vorbereiten, bereits vom Fischhändler fertig erledigen lassen Vom spanisches Schneckenduet die geschmorten Schnecken bereits jetzt zubereiten Den Spinatgemüse mit Paprika zubereiten und dann gegebenenfalls warm halten Sezungenfilet mit spanischem Schneckenduet auf Blattspinat mit Paprikagemüse Den Saft der Zitrone auspressen und die Fischfilet mit dem Saft sowie Salz und Pfeffer würzen Dann die gebackenen Schnecken des spanischen Schneckenduets zubereiten Zum Schluss wenig Olivenöl in der Pfanne erhitzen Die Sezungenfilets mit der Hautseite nach unten einlegen und etwa zwei Minuten braten Dann die Filets wenden und den Fisch eine Minute braten, der Fisch muss innen noch glasig sein Fertigstellung Das Blatt Spinatpaprikagemüse auf vorgewärmten Tellern anrichten Je zwei Sezungenfilet darauf drapieren Das Schneckenduet darauf formschön verteilen und mit eingelegten grünen Pfefferkörnern garnieren Sofort noch heiß mit Beilage nach Wahl servieren Als Beilagen eignen sich